Hallo und herzlich willkommen zurück zu Middle-Earth Shadow of Mordor, wo wir mit der Hauptkampagne weiter machen, also der Hauptmission. Ich weiß gar nicht, wie ungefähr das Ganze auch schon wird, storymäßig. Wir haben auf der Map zwei Sachen zum Tun. Der Slaver, ein Uruk-Slaver holds a captive with information on the black captains. Das ist das, was uns der komischere kleine Zwerg, den wir letzte Folge dominiert haben, glaube ich nennt man es am besten, gesagt hat, dass der Sachen weiß, die ich, also der mehr über die Black Hand weiß, die ich ja jage im Endeffekt. Und dann auch noch eine Hauptmission. Also da lernt man praktisch mehr über das ganze Nemesis-System, heißt das, genau. Und wie die Orks untereinander sich gegensätzlich abschlachten und im Rang aufsteigen und wie wir das Ganze ausnutzen können. Und genau das werden wir machen. Achso, ich habe ja was freigeschalten, genau. Wenn man... Genau. Superspeed! Ich habe nämlich gestern, also gestern, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen habe, was gestern war, von meiner Sicht aus jedenfalls gesehen, noch einige Zeit lang Orks abgeschlauchtet, um Punkte freizuschalten, damit ich meinen Charakter, wenn ich aufwölbeln kann. Und ich will da rauf, weil da oben stehen oft viele. Laut Map ist da irgendwer, ne? Gut, da ist keine Ahnung, da sind da hinten. Nein, wir machen mit der Hauptmission weiter. Es ist immer so verlockend. Einfach nur Orks, die in der Gegend herumrennen, abzuschlachten. Aber nein, das machen wir jetzt nicht. Wenn man zweimal Spacebar drückt, also die Leeraste, dann springt man nach vorne. Das mit dem schnellen Laufen durch Spacebar, wenn man über ein Objekt hüpft, ist ein bisschen komisch für mich noch. Ich habe auch einen von diesen Towern freigeschaltet. Was hängt denn da am Atom? Okay, schauen wir, was die Mission kann. Der Spirit of Mordor. So, ich habe einen Weak-Mindes zu bringen, die Enemy-Forces von within einem Ork-Mind in particular shines as a blazing Beacon of Weakness. Schau mal, man. Schau mal, man. Die, 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 die. Und du wirst nicht wissen, was. Vielleicht wird ich deine Reaktion, in deinem Gefahr. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich habe nur das. Schau mal, die Schäuze sind nicht für die Ork-Mindes. Die Schäuze sind wie eine Bärlfisch. Ratbeck kann dir die Wegs der Ork-Mindes. Ratbeck kann deinem Plan funktionieren. Wir werden jetzt herausfinden, was du jetzt weißt. Power 6 klingt jetzt viel, aber ich habe gestern noch einen Power 8 umgebracht. Es war nicht einfach, aber ich habe es geglaubt. Press 2, to reveal Goro's strengths and weaknesses. Stärken und Schwächen kann man anzeigen lassen, wenn man es weiß, wenn man die nötigen Sachen gefunden hat. Vulnerable to mounted beasts and fear of Karagoras. Das heißt, wenn ich mit so einem Karagor reinreite, dann hat der Angst und ich kann ihn vielleicht abschlachten. His fear of Karagoras will terrify him into a running, stumbling coward. Das habe ich schon mal gesehen, zufällig, bei einem anderen Ork. Nachdem ich gestern einen Karagor mehr oder weniger befreit habe und mit dem herumgerieten bin. Und so ist auf einmal ein Ork weggelaufen, weil er Angst gehabt hat. Okay. Und Stärken. Invulnerable to range. Das heißt, mit den Pfeilen kann ich immer baden gehen. Das habe ich gestern nämlich auch schon erlebt, dass ich einen meiner Pfeile in den Korb schieße und das juckt ihm nicht. Heavy attack, high damage, melee attack cannot be counted. Okay, dann muss man ausweichen. Gang leader has a group of followers. Ja. Remember, many weaknesses can only be exploited if you gain intel first. Okay. What is it? und sie können nicht aufhören, was sie? Ich würde sie aufhören. Sie sind nicht sehr populär, und ich weiß es. Aber du kannst sie finden. Oh, ja. Ratbeck wird dir die Weg zeigen. Du helft mir. Ich helfe dir. Du kannst mich nicht vergleichen. Markech. Jetzt stoppen wir über das. Erstens, wir müssen einen bestimmten Kapitän und ein paar Karagor. Komm mit mir, Ranger! Wir haben wirklich einen Deal mit einem Ork abgeschlossen. Wir können nicht vertrauen. Die Säge sind nach vorne. Und zumindest ein Uruk wird nach vorne. Wahrscheinlich. Wir haben einiges, Ranger. Du willst einen Kapitän, und jemand muss seinen Platz nehmen. Nein, nicht du, oder? Obwohl, die Idee ist gar nicht schlecht. Also, dieser Goroth ist in charge? Oh, dieses Kapitän, ja. Aber er ist kein Kriegerin. Sie antworten direkt auf die schwarze Hand. Ich zeige ihnen alle, wenn ich die schwarzen Hände in einem Zirkel zeige. Beinem Kapitän ist nur der erste Schritt von Ratbecks Plan zu werden, um ein Kriegerin zu werden. Ich bin bereit, zu hart auf seinen Nacken zu stecken. Wie hast du dich frei bekommen? Ich muss den... Ich muss ja echter den Ork beschützen. Wollt ihr mich häkeln? Defenders will block Frontal Attacks und must be hit from behind. Ah, super! Geh den Ranger, nicht mich! Er ist ein viel einfacher Ziel! Seine Schwierigkeiten sind geschlossen! Lass den Firmen allein! Und mich, Urux! Gut, dann schlacht man halt ein paar Urux ab, weil man schon dabei ist. Geh weg von meinem Zwerg! Die glühende Klinge, die ihr gerade gesehen habt, übrigens, habe ich auch freigeschaltet. Das ist, wenn man einen Hitstreak von 8 bekommt, kann man solche Exekutionen ausführen. Das ist immer wieder lustig. Wie ist das? Ich habe mich nicht verletzt. Ich bin tot! Ich bin tot, weil ich mich verdrückt habe. Die erste Mission, die ich verfehlt habe, also die erste Mission, das ist die zweite, die ich spiele. Aber das erste Mal, dass ich gestorben bin. Retry! Okay, machen wir das dann auch einmal. Ich spiele... Äh, schlecht! Wie hast du frei, Skam? Äh, äh! Da! Ist... Ich habe vorher nicht richtig geblockt, deswegen habe ich ziemlich schnell ziemlich viel Schaden gemacht, man! Und Kopf weg! Bye, bye! Bye, bye! Bye! Kein Nächsten? Auch nicht! Nein, nein, nein! Nicht schon wieder! Ich blockiert es auch! Na komm! Hoppa! Well done, Ranger! Now, just picture all these corpses is Goro! Visualize your goal! Was ist das, ein motivational speaker, oder das? Smug piece of Dunga he is! We come to blow his fall back as Ratbag can remember! Still, Ratbag never wins! Was der Flaschenpist? He he he! He kicks right back into the Caragor pit! All the others love is a Caragor, that's right back around like a yarn ball! Yay! Ich hätte nämlich so eine hunting challenge, wo man drei Spiele entdecken muss! Aha! Ooooooh! That explains the spell! Warum gehen wir da drüber, wenn man da drunter umgehen können? Okay, I understand, I see that your Captain gets defeated. Splendid plan! You kill? I wait! That's military genius, eh? Das is the Flausch of Rumor! I'm salivating with anticipation. The Drew of Ravein! Okay, we must us da reinschleichen! Klingt so, als ob wir dürfen den Alarm nicht auslösen, als ob wir es nicht heißen. Das heißt, so jemand ist ein leichtes Ziel. Ich mag leichte Ziele. Ich habe auch diese Rift-Vision. Sehe ich da wirklich gerade so viele? Hm. Da kann ich nicht durch, oder? Doch, kann ich. Wow, hätte ich mir nicht gedacht. Kann ich da rein? Ja, kann ich. Hey, cool. Hätte ich mir nicht gedacht, dass es solche coolen Wege gibt. Hi. Du siehst mich nicht. Ich hoffe, da ist jetzt keiner andere, weil... So viel dazu. Ich brauche so viele Pfeile. So kann man nicht den Pfeil jetzt bekommen. Oh, oh. An enemy is raising the alarm. Und wo? Wie sehe ich den? Lauf! Nein, 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 nein. Du löst keinen Alarm aus. Super, ich kann jetzt alle abschlachten. Aber es wird keinen Alarm auslösen, hoffentlich. Außer da kann noch ein anderer Alarm auslösen. Ich hoffe nicht. Und Execution. Ich mag diese Moves. Hi. Ich habe auch freigeschaltet, dass wenn man blockt, wird der Gegner automatisch zu Boden gestoßen. Oder kann man zu Boden gestoßen. Hi. Das war ein cooler Move. Den habe ich noch nicht gesehen. Hi. Wenn man zur richtigen Zeit blockt. Okay. Der hat den Alarm ausgelöst. Kann also doch jeder machen, nicht nur der eine. Wir sollten da durchkommen, ohne den Alarm auslösen. Kann ich den anderen auf die andere Seite vielleicht gehen? Ja, da sind so viele Leute. Vielleicht gibt es da einen anderen Weg rein, der ein bisschen besser läuft. Schauen wir mal. Ah. Okay, dass er automatisch bei der Wand in diesen Stealth-Schleichmodus geht, ist ein bisschen nervig. Weil man richtig schnell die Richtung eben abhauen kann. Will ich da rein? Kann ich mich da vorbeischleichen, ist die Frage. God damn it. Na, äh äh. Super, jetzt wird wieder der Alarm ausgelöst. Wahrscheinlich. Ja, da haben wir wahrscheinlich einen. Der reinkt wegen dem Alarm. Du musst aufpassen, dass da keiner abhaut wegen dem Alarm. Ja. Nein, 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 nein. Gab's nicht mehr. Der Move ist echt cool. Oh, oh. Da rennt schon wieder einer. Ja. Das ist ein Tor, oder? Ja. Nein, nein, nein. Ja, das ist schon wieder einer, der Exter. Will der jetzt weiter den Alarm auslösen? Nein, okay, okay, passt. Bye, bye. Und schon wieder einer. Wer? Ich bin fast tot. Super. Aber noch hat keiner Alarm ausgelöst. Ist nur eine Frage der Zeit. Na komm, gib mal deinen Kopf. Ich muss irgendwelche... Na komm. Nein, 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 nein. Du siehst mich nicht, du hast nichts gehört, nichts gesehen, du weißt von nichts. Ich glaube, der hat mich gesehen. Die Frage ist, ob die anderen jetzt auch kommen. Anscheinend habe ich das Ganze überlebt, ohne den Alarm auszulösen. Fragt mich nicht wie, aber es hat funktioniert. Weil ich fast tot bin. Gibt es da irgendwo... Nein, da gibt es... Ich habe mir das, vielleicht kann ich mich mit dem Wasser heilen. Wow! Ist das dieser Goroth? Warum habe ich nicht mehr versucht zu klettern? Ich Affe. Ich bin das noch nicht ganz geworden, glaube ich. Okay, search for Goroth. Ich habe nach ihm gesucht und habe ihn gefunden. Soll ich ihn jetzt umbringen? Okay. Okay, ich habe einen Pfeil. Probier muss halt. Achso, das ist er nicht. Okay. Wuscht, das ist ein Ohrquilliger. Ich lasse mal los, genau. Okay. Ich muss da rein. Ja, dann gehen wir mal. Hm. Wo ist das Hunting-Camp? Unser kleiner Org-Freund hat ihm Scheiß erzählt. Okay. Wir müssen zum Hunting-Camp. Was ist da drüben? Sind da viele Orks im Blick? Sind da vielleicht irgendwelche Kräuter, mit denen ich mich heilen kann? Ich sehe nur Orks. Ich will Kräuter, nicht Orks. Aha, ich habe Kräuter gefunden. Gib mir Kräuter. Oh, komm, Kräuter, bitte, bitte. Okay. Ähm. Okay. Wir müssen ihn identifizieren. Geh weiter. Ja, was ist da? Das ist so nervig, wenn er bravant ist. Warum sind da Pfeile? Hab ihn. Okay. Ah, back. Ich sehe den Knopf, ich denke, da kann man. Target found. Release a Caragor. Wow. Blödes Timing. Kommt einfach um die Ecke. Du kommst da einfach aus dem Nichts, ich meine. Schon wieder so einer. Komm, 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 komm. Oh, da ist ein Kerler, ich sollte ihn freilassen Aber wieder ein Schwert Ja, schnell laufen Ja, ja, ich weiß Grabe darauf Kommt er zu mir wieder her Ich will nur auf dem Reiten Komm, komm Ja Sehr schön, jetzt habe ich mich freigeschaltet Nein Sehr schön Ja Der linke Maust ist der Attack, der rechte Maust ist der Also anknabbern kann man sagen Okay, machen wir das immer Hi Was, ein bisschen der war tot, wirklich? Okay Schauen wir uns den Battle Report an Er ist anscheinend tot Ich brauche dich zurück zu meinem Tent Ich werde mir eine Trophäe Get lost, scum Wir nehmen uns nur für Goroth Das ist das schäuertes Schäuertes Ich brauche dich zu schäuern 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 Wir können einen Filter benutzen Ja, Instagram WTF, was macht das in einem Spiel? Wurscht 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 Okay Uh, da ist er eine Ork Eigentlich wollte ich den Stealth Messier erschatten Aber hat nicht funktioniert. Okay, da ich nicht weiß, wie lang diese Episode bereits läuft und da ich die Mission zu Ende geführt habe, werde ich dieses Video hiermit auch beenden. Nächstes Video werde ich mich hoffentlich wieder daran erinnern, einen verdammten Timer einzuschalten, damit ich weiß, wie lang das Video wird. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang und ich hoffe, das war nicht zu kurz. Aber ja, werden wir dann sehen. Ich hoffe, dieses Video zu Middle-Earth Shadow of Mordor hat euch gefallen. Wenn ja, gebt bitte einen Daumen nach oben, Kommentare in der Kommentarebox, folgt mir auf Twitter, abonniert den Channel. Mein Name ist Oliver hier bei Wiener Gamer und wir sehen uns im nächsten Video.